Im Herzen der Niederlande, nur eine Stunde von Amsterdam entfernt, liegt eine einladende, lebhafte Stadt. Eine jahrhundertealte Stadt, eine Stadt, in der die Menschen das Leben genießen, Sertogenbosch, wo die Geschichte lebt und die Künste blühen, die fantastische Einkaufsmöglichkeiten bietet. In der man das Leben in vollen Zügen genießen kann. Besonders im Jahr 2016, wenn Sertogenbosch seinem weltberühmten Sohn Hieronymus Bosch den bedeutendsten niederländischen Maler des Mittelalters gedenken wird, der in der Stadt lebte und arbeitete und hier seine grotesken Monster schuf. Bizarre Albträume und surrealistische Träume der Lüste. Die Fantasie von Hieronymus Bosch ließ sich nicht durch die Grenzen der Wirklichkeit zähmen. Mit seiner erfindungsreichen, seltsam anmutenden visuellen Sprache gelang es ihm, Auftraggeber und Bewunderer aus ganz Europa zu inspirieren. Die weltbekannten Werke von Hieronymus Bosch spiegeln das Leben im 15. Jahrhundert voller Verseuchung und Sünde wie nie zuvor. Hieronymus Bosch war einer der einflussreichsten holländischen Meister aller Zeiten, auf einer Stufe mit Rembrandt, Van Gogh und Vermeer. Seine Visionen sind zeitlos und haben weltweite Anziehungskraft. Dies galt vor 500 Jahren und auch heute noch. Hieronymus Bosch starb im Jahr 1516. Jetzt, 500 Jahre danach, wird dem unvergleichlichen Maler stilvoll gedacht. 2016 wird weltweit das Hieronymus Bosch-Jahr sein. In diesem Jahr feiert Sertogenbosch die Heimkehr von Hieronymus Bosch. Eine große Anzahl seiner Werke, die derzeit in Besitz renommierter Museen in Amerika und Europa sind, wird heimkehren. Bewundern sie seine Gemälde in der Stadt, in der sie geschaffen wurden. Sertogenbosch feiert das Leben und Werk von Hieronymus Bosch. Besuchen auch sie die Feiern im Jahr 2016. Mit einem umfangreichen Ausstellungsprogramm, Performances, verschiedenen Festivals, Vorträgen und einer speziellen Bosch-Erlebnis-Tour durch seine Stadt. Willkommen zu Hause, Hieronymus! Wir spielen mit einem Teil 2, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1. Vielen Dank.